Bittok aus Kenia, dann Fittabaisa, der Äthiopier, Baumann, Jobbisont Jäki und Brian Butaip, der Marokkaner. Noch 300 Meter. Er schaut schon, er hat geschaut und Jäki macht ihm das Loch zu außen. Ja, da haben sie ihn eingekesselt, da haben sie ihn eingekesselt, er guckt, kommt er da raus. Er hofft darauf, dass Sohn Jäki nach vorne geht, damit er nach außen ziehen kann. Ja, jetzt muss er den Butaip auch noch vorbeilassen und in dem Moment geht es vorne ab. In dem Moment ging vorne die Post ab und da hat Baumann eine ganz schwierige Position. Aber er kommt noch mal und Jäki ist geschlagen, kommt Baumann noch ran. Jetzt muss er innen durch, die Lücke wäre da. Paul Bittok, Fittabaisa, Dieter Land, Baumann, Baumann gewinnt, Baumann wird Olympiasieger. Baumann ist Olympiasieger, Dieter Baumann von der Schwäbischen Alb. Auf dem Thron, Olympiasieger über 5000 Meter. Spannители von Thron, Olympiasiegeri und Körn, Layuse dhydten. Vielen Dank.